Musik Kritiker und Gegner der Corona-Beschränkungen setzten sich heute wieder ans Steuer. Ein Kursor startete am Vormittag in Löber mit den Ziel Dresden. Stationen waren Bautzen und Bischofsweiler. Der Konvoi rollte unter dem Motto für Frieden und Freiheit in die Landeshauptstadt. In Löber starteten zwölf Teilnehmer, begleitet von elf Polizeifahrzeugen. Bandkirche Säge Weisberg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020